Als Kon-en-Klieke-Marine werden die Seestreitkräfte des Königreichs der Niederlande bezeichnet. Die Marine setzt sich aus den Seestreitkräften, der Marine-Infanterie und der Küstenwache zusammen. Die königlich-niederländische Marine hat seit 1. Januar 1996 ein gemeinsames Flottenkommando mit der königlich-belgischen Marine in den Helder. Der Admiral Benelux wurde bislang immer von den Niederlanden gestellt. Geschichte der niederländischen Marine Die niederländische Marine war eine der ersten großen Seemächte der Neuzeit. Im 17. Jahrhundert umfasste allein die Handelsflotte 35.000 größere und kleinere Schiffe, weitere 2.000 größere und kleinere Handels- und Kriegsschiffe wurden jedes Jahr gebaut. Punkt. Jährlich heuerten 70.000 Seeleute und Matrosen an, darunter zahlreiche Deutsche. Nach dem Untergang der Republik sank die Flotte des Königreichs im 19. Jahrhundert zu einer Seemacht 2. Ranges herab. Für die 1815 gegründete Konenklieke niederländische Seemacht setzte sich ab 1905 die Bezeichnung Konenklieke Marine durch. Innerhalb der NATO sind die niederländischen Seestreitkräfte den Oberkommandos Atlantik und Emelkanal unterstellt und sind zum Schutz der Seeverbindungen im Emelkanal sowie zur Erringung der Seeherrschaft in der Nordsee vorgesehen. Einheiten der Marineinfanterie sind als Reserve dem NATO-Kommando Nordeuropa zugeordnet. Niederländische Kriegsschiffe sind seit 1969 Teil der ständigen Einsatzgruppe Standing NATO Maritime Group 1. Darüber hinaus war die niederländische Kriegsmarine besondere See strategische Interessen in der Karibik und anderen außereuropäischen Räumen. Niederländische Kriegsschiffe waren 1987 88 und 1991 auch im Persischen Golf im Einsatz. Seit 2008 beteiligten sich niederländische Kriegsschiffe innerhalb der NATO an der Operation Eilid Provider, der Operation Eilid Protector und der Operation Ocean Shield bzw. an der EU-Operation Atalanta am Kampf gegen die Piraterie vor der Küste Somalias. Gliederung Die niederländische Marine wird nach den Reformen von 2005 vom Kommandanten der Seestreitkräfte, einem Vize-Admiral, im binationalen Marinekommando geführt. Gleichzeitig übt er das Amt des Admiral Benelux aus. Dem Kommandanten untergeordnet sind der Kommandant des Marinekommandos Karibik und der Kommandant des Goa Mariniers. Marinegeschwader Das Marinegeschwader führt alle Überwasserschiffe der königlich-niederländischen Marine. Darunter fallen alle Fregatten, die Docklandungsschiffe Rotterdam und Johann De Witt und zwei Tross-Schiffe. Unterseebootdienst Neben den vier vorhandenen Unterseebooten der Walrus-Klasse bildet noch ein Wehrforschungsschiff den Unterseebootdienst der königlich-niederländischen Marine. Hydrographischer Dienst Der hydrographische Dienst ist mit zwei Schiffen für vermessungstechnische Angelegenheiten zuständig. Minenabwehrverband Der Minenabwehrverband umfasst alle Minenabwehreinheiten, Taucherunterstützungsboote und eine medizinische Einrichtung für Taucher. Marineflieger Die Marineflieger setzten sich nach 2008 nach der Auflösung der beiden in Falkenburg stationierten See von Aufklärungsstaffeln. Acht P3C-Orions wurden an Deutschland verkauft. Die restlichen vier gingen an Portugal bis 2012 aus zwei Hubschrauberstaffeln zusammen, die mit dem Westland-Ziel-Lynx ausgestattet waren und dem Defensie-Helikopter-Kommando unterstanden. In jeder Staffel stand je ein Hubschrauber zur SAR-Rettung bereit. Inzwischen gibt es nur mehr eine Einsatzstaffel, die mit der NH-90 ausgerüstet ist. Marine-Infanterie-Korps Das niederländische Marine-Infanterie-Korps gehört zu den ältesten Eliteeinheiten weltweit und gilt als sehr gut ausgebildet und ausgerüstet. Küstenwache Die Küstenwache untersteht in den Niederlanden der Marine. Sie erfüllt Aufgaben für insgesamt sieben unterschiedliche Ministerien. Die Führung übernimmt ein eigenes Kommando, welches der Marine unterstellt ist. Es stehen zwei Flugzeuge vom Typ Dornier 228 zur Verfügung, die von Piloten der niederländischen Marine bzw. Luftwaffe geflogen werden. Verantwortlich für die Flugzeuge ist die königlich-niederländische Luftwaffe. Außerdem können für SAR-Aufgaben oder andere hoheitliche Belange weitere Hubschrauber angefordert werden. Darunter fällt auch ein Privatbetrieb Pena Seaking. Die Küstenwache in den niederländischen Entillen ist eine selbstständige Einheit, die dem Kommandeur des Marinekommandos Karibik untersteht. Stützpunkte Niederlande Amsterdam Flottenstützpunkt Den Helder Kommando der Seestreitkräfte Flottenstützpunkt Dekui Marinefliegerdienst Don Truppen des Goa Mariniers Rotterdam Flottenstützpunkt Truppen des Goa Mariniers Texel Truppen des Goa Mariniers Lissingen Flottenstützpunkt Kasernenareal Truppen der Nationalen Reserve Karibik Aruba Curaçao Ausrüstung Schiffe Fregatten 4X D7 Provincien Klasse 2X Karel Dormann Klasse 6 Einheiten verkauft an Chile, Portugal und Belgien Offshore-Petrol Fessels 4X Holland Klasse Unterseeboote 4X Valros Klasse Minenfahrzeuge 6X Altmark Klasse Amphibische Schiffe 2X Rotterdam Klasse Trossschiffe 1X Streitkräfte Unterstützung Schiff Karel Dormann 2X Ozeanographische Forschungsschiffe Desnellius Klasse Luftfahrzeuge 21X Westland C-Lynx 7X NH90 NFH Zukünftige Beschaffungen Die Niederlande haben 2005 einen Vertrag über die Beschaffung von maximal 30 BGM 109-Tor-Mahak-Block-IV-Marschflugkörpern Abgeschlossen Die Cruise Missiles sollten in das Vertical Launching System der D-7 Provincien Klasse eingebaut werden Die Beschaffung wurde aus Kostengründen jedoch wieder abgebrochen, die von 1985 stammende Technik der Valros Klasse soll überholt werden Daneben sollen die Boote allgemein modernisiert und kampfwert gesteigert werden Die verschiedenen Varianten der Westland-C-Lynx-Hubschrauber sollen in den kommenden Jahren durch den Europäischen Marinehubschrauber NH90 ersetzt werden Zwei weitere Boote der Jaguar-Klasse werden für die Küstenwache gebaut